Du wirst nicht glauben, welcher Seelengruppe du angehörst, wenn du mit braun-goldenen Augen gesegnet bist. Tauchen wir ein in die faszinierende Welt der braun-goldenen Augen und entdecken wir ihre tiefgreifende Bedeutung. Von der Verbindung zur Spiritualität bis hin zur Wirkung auf die Umgebung. Erfahre mehr über die einzigartige Rolle dieser Augenfarbe in der spirituellen Reise der Menschen. Tauche ein in die Welt der Intuition und Sensibilität, die durch diese Augen hervorgebracht wird, und lass dich von berühmten Persönlichkeiten mit braun-goldenen Augen inspirieren. Augen haben in verschiedenen Kulturen eine tiefe symbolische Bedeutung. Sie gelten als Fenster zur Seele. Und braun-goldene Augen sind ein Zeichen für Weisheit, Sensibilität und spirituelle Verbundenheit. In vielen Traditionen werden Menschen mit dieser Augenfarbe als besonders intuitiv und einfühlsam angesehen. Menschen mit diesen Augen berichten oft von intensiven spirituellen Erfahrungen und einer starken Verbindung zur geistigen Welt. Menschen mit dieser Augenfarbe sind von Seelen bewohnt, die von einem goldenen Planeten stammen. Menschen mit braun-goldenen Augen stammen vom göttlichsten Planeten überhaupt. Von der Sonne. Und genau deshalb tragen sie in sich das Licht des Universums, das ihnen die Fähigkeit verleiht, die tiefsten Geheimnisse des Lebens zu ergründen und das wahre Wesen der Dinge und in anderer Menschen Augen zu erkennen. Die Sonne ist ein außerordentlicher Planet. Dieser planetarische Ursprung verleiht dir das Licht des Universums, das dir die Fähigkeit gibt, die tieferen Geheimnisse des Lebens zu ergründen. Du kannst über die materiellen Erscheinungen hinausblicken und das wahre Wesen der Dinge erkennen. Diese Gabe der Erkenntnis ermöglicht es dir, die verborgenen Muster und Zusammenhänge in der Welt zu sehen und eine tiefere Wahrheit zu verstehen, die anderen oft verborgen bleibt. Die Seelen, die auf dem Planeten Sonne geboren wurden, gehören zur Seelengruppe der Solaris Seelen. Die Solaris Seelen, benannt nach ihrem Ursprung auf dem goldenen Planeten Sonne, sind eine besondere Gruppe von Seelen, die das Licht des Universums in sich tragen und als Hüter der kosmischen Weisheit und Harmonie fungieren. Ihre Existenz und ihre Gaben sind eng mit dem Licht, der Heilung und der spirituellen Transformation verbunden. Solaris Seelen sind Lichtbringer und Heiler. Sie besitzen die Fähigkeit, Licht und Wärme zu erzeugen, die heilend und stärkend wirken. Sie können physische und emotionale Wunden durch ihre bloße Präsenz heilen und negative Energien vertreiben. Menschen mit braun-goldenen Augen haben eine besondere Verbindung zur Natur und zum Kosmos. Sie spüren die Energieflüsse der Erde und können die Botschaften der Naturwesen und Elemente wahrnehmen. Diese Verbindung ermöglicht es dir, im Einklang mit der Natur zu leben und die heilenden Kräfte der Erde zu nutzen. Du kannst die Rhythmen der Natur lesen und bist oft intuitiv in der Lage, Wetteränderungen oder Erdbewegungen vorherzusehen. Menschen mit braun-goldenen Augen werden oft als intuitiv, sensibel und empfänglich für spirituelle Energien beschrieben. Ihre Augen strahlen eine gewisse Wärme und Weisheit aus, die auf ihr einzigartiges Potenzial hinweist. In der spirituellen Welt werden sie oft als Träger einer besonderen Energie angesehen, die andere wahrhaft inspirieren und berühren kann. Durch Praktiken wie Meditation und Visualisierung kannst du deine spirituelle Verbindung stärken und deine Intuition weiterentwickeln. In der Esoterik gelten braun-goldene Augen als Symbol für Kraft, Schönheit und Weisheit. Die besondere Verbindung zur spirituellen Welt durch braun-goldene Augen ist somit eine Quelle der Kraft und Inspiration für alle, die offen sind für nicht greifbare Dimensionen des Lebens. Mit der Sonne als Ursprungsplanet bist du Träger des inneren Lichts. Das innere Licht, das in den braun-goldenen Augen reflektiert wird, symbolisiert auch die innere Stärke und das unerschütterliche Vertrauen in das Gute. Diese Menschen haben die Fähigkeit, Licht in die Dunkelheit zu bringen und Hoffnung zu spenden, wo Verzweiflung herrscht. Ihr Licht ist nicht nur eine Metapher, sondern eine reale energetische Präsenz, die Heilung und Transformation bewirken kann. Braun-goldene Augen haben die Macht, ihre unmittelbare Umgebung beeinflussen zu können. Das ist deshalb so, weil sich hinter diesen Augen so kräftige Seelen befinden, deren Blicke andere Seelen berühren können. Ihre Ausstrahlung kann Trost spenden und eine harmonische Atmosphäre schaffen. Es heißt, dass sie eine Brücke zur spirituellen Welt darstellen und Energien positiv beeinflussen können. Durch ihre Fähigkeit, tiefe Empathie zu zeigen und feine Schwingungen wahrzunehmen, können sie andere inspirieren und spirituelle Erfahrungen intensivieren. Durch ihre braun-goldenen Augen fühlen sich diese Menschen auf einer tieferen Ebene mit dem Universum verbunden. In der Welt des Spirituellen können braun-goldene Augen somit eine einzigartige Rolle spielen und eine besondere Reise der Erkenntnis und Selbstfindung ermöglichen. Wie kannst du deine Gabe noch intensivieren? Die Praktiken zur Stärkung der spirituellen Verbindung durch braun-goldene Augen sind vielfältig und faszinierend. Durch Meditation, Visualisierung und Energiearbeit kannst du deine spirituelle Verbindung weiter vertiefen und deine individuellen Fähigkeiten stärken, die dir diese Augenfarbe sowieso schon grundlegend verleiht. Es fasziniert immer wieder, wie einige berühmte Persönlichkeiten mit ihren braun-goldenen Augen eine tiefe spirituelle Reise erleben. Prominente wie beispielsweise Johnny Depp und Rihanna haben durch ihre braun-goldenen Augen eine Aura der Mystik und Inspiration geschaffen. In ihren Werken und ihrem öffentlichen Wirken spiegeln sich oft tiefe Sensibilität und Intuition wieder, die von den gleichklingenden Seelen, die sich hinter braun-goldenen Augen verbergen, auszugehen scheinen. Diese Stars zeigen, dass braun-goldene Augen nicht nur schön anzusehen sind, sondern auch eine Quelle der Kraft und Inspiration darstellen können. Ihre spirituelle Reise ist ein Beispiel dafür, wie diese Augenfarbe Menschen dazu befähigen kann, eine tiefere Verbindung zur spirituellen Welt zu spüren und ihre Intuition zu stärken. Menschen mit braun-goldenen Augen sind oft Friedensstifter. Ihre tiefe Verbindung zum Universum und ihre Weisheit verleihen ihnen die Fähigkeit, Konflikte zu lösen und Harmonie zu fördern. Sie können die Perspektiven aller Beteiligten verstehen und finden oft kreative Lösungen, die für alle akzeptabel sind. Ihr Ziel ist es, die Welt in einen Ort der Einheit und des Friedens zu verwandeln. Als Hüter des Lichts und der Weisheit haben diese Seelen auch die Rolle des Schutzes und der Führung. Sie wirken als Wächter des Gleichgewichts und der Harmonie im Universum. Ihre Präsenz schützt vor negativen Einflüssen und bringt Klarheit und Frieden. Sie führen andere Seelen auf ihrem spirituellen Weg und unterstützen sie in ihrer Entwicklung und Transformation. Die Seelen des Planeten Sonne sind Meister der spirituellen Transformation. Sie haben die Fähigkeit, die tiefsten Schatten und Ängste zu durchdringen und in Licht und Liebe zu verwandeln. Durch ihre Präsenz und ihr Wirken fördern sie die spirituelle Evolution und Erleuchtung anderer Seelen, helfen ihnen, ihre wahre Essenz zu erkennen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Königliche Königliche Das war eine gutee Stellung... Welt John 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 Untertitelung des ZDF, 2020